Aufloden! Aufloden! Was ist denn mit dir? Aufloden! Ja, dann laden sie halt auf, im Gotteswillen! Nein! Aufloden! Aufloden! Da ist einer, der kann sogar aufloden! Den Kundl? Der Beste! Aufloden! Da hast du recht! Das ist das beste Aufloden, das ich jemals gesehen habe! Nein! Jetzt haben wir... ...